Data Researches Prof. Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer-ISSST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches-Vlog beleuchtet Prof. Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute geht es bei Data Researches um den Dataspace Connector, als einfachen Einstieg in die Welt von GAIA-X und International Dataspaces. Hallo, heute würde ich gerne über den Dataspace Connector sprechen, den wir hier am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik entwickelt haben. Der Dataspace Connector ist eine Implementierung der IDS-Referenz-Architektur, insbesondere der Connector-Komponente. Denn es ist ja so, dass wir zurzeit feststellen, dass aller Ordens Datenräume aufgebaut werden. Und gemäß der IDS-Philosophie ist es wichtig, dass man einen Connector hat, einen IDS-Connector, der einem erlaubt, in einem Datenraum dabei zu sein, sozusagen. Der einem den Zugang zu diesem Datenraum verschafft, die eigenen Daten bereit macht, um im Datenraum ausgetauscht zu werden und auf der anderen Seite eben halt auch Daten von anderen Teilnehmern in dem Datenraum empfangen kann. Der Dataspace Connector ist eine Open-Source-Entwicklung, die über dem IDS-Association Open-Source-Repository auf GitHub verfügbar ist. Also es kann jeder darauf zugreifen, den Code nutzen, aber eben halt auch dazu contributen, also zur Weiterentwicklung des Dataspace Connectors beitragen. Und der Dataspace Connector ist eben halt auch in der Lage, die Wertversprechen, die grundsätzlich die IDS-Architektur bietet, zu erfüllen. Denn das sind auf der einen Seite das Thema Vertrauen, Trust im Data-Sharing, das ist auf der anderen Seite das Thema Souveränität über Daten und das ist drittens das Thema Interoperabilität. In Bezug auf Vertrauen ist es so, dass der Connector einerseits das Identity-Management, was in der IDS-Architektur vorgegeben ist, unterstützt, in der Lage ist, X509-Zertifikate zu verarbeiten, auch in der Lage ist, sichere Kommunikation zu ermöglichen und zu empfangen und auf der anderen Seite auch IDS-Ready-Approved ist. Also von daher haben wir an der Vertrauensseite viele dieser Anforderungen aus der IDS-Referenzarchitektur erfüllt. In Bezug auf die Datensouveränität ist es so, dass sich Datensouveränität ohnehin daran äußert, dass man Nutzungsbedingungen an den Daten mitgeben kann, wenn man sie teilt und dass eben der Connector in der Lage ist, das überhaupt A zu tun, also diese Nutzungsbedingungen zu artikulieren, auf der anderen Seite dann aber auch zu interpretieren und zu entforcen. Und der Dataspace-Connector unterstützt acht von diesen Usage-Control-Policy-Patterns, wie wir sie nennen, zum Beispiel, dass Daten nur in einem bestimmten Zeitraum genutzt werden dürfen und dann gelöscht werden müssen. Also das kann der Dataspace-Connector auch. Letzter Punkt ist das Thema Interoperabilität, denn es ist ja schön, wenn wir einerseits Datennutzungsbedingungen, also die AGBs der Datenökonomie, definieren können, aber wir müssen uns vor allen Dingen auch in einem Datenraum darauf einigen, dass wir sie gleich verstehen. Und Interoperabilität bedeutet also einerseits oder setzt voraus, dass wir ein einheitliches Verständnis über die Nutzungsbedingungen an den Daten haben, aber auch über das Format, in dem die Daten selber, also die ausgetauscht werden, beschrieben sind. Da ist es so, dass wir eben halt die neueste Version des Informationsmodells der IDS Association durch den Dataspace-Connector unterstützen, das sogenannte Information Model. Ich glaube, die aktuelle Version ist die Version 4, die im Dataspace-Connector unterstützt wird. Und wir auf der anderen Seite natürlich auch, wie jeder Connector das letzten Endes kann, semantische Interoperabilitätsstandards, die dann die Daten an sich, um die es geht, beschreiben. Ein Beispiel ist sicherlich für den industriellen Gebrauch die Verwaltungsschale, die von der Plattform Industrie 4.0 entwickelt wurde. Und hier gibt es auch Projekte, dass der Dataspace-Connector die Verwaltungsschale beziehungsweise die Standards der Verwaltungsschale auch erfüllt. Insofern für alle, die letzten Endes jetzt vor der Frage stehen, Mensch, ich bin angefragt worden, beim Datenraum mitzumachen oder ich will einen aufbauen, ist der Dataspace-Connector wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Wie gesagt, ist als Open Source verfügbar. Entwicklung vom Fraunhofer ISST im Kontext unserer EDS-Aktivitäten Fraunhofer weit. Und ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, das gucke ich mir mal an, leiste da mal einen Beitrag oder nutze die Dinge auch. Und ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere sagt,